What the?! Haaaa! Maaann! Taaaaaaag Leute! Coins schlägs wieder an bis zumئ! Und damit der Lönert zu kommen zu einem neuen Was-Max? Video! Wuuuuh! Was machen wir heute Max? Wir machen die Süßigkeiten küssen, erraten Challenge Freunde. Also ich werde jetzt denen immer Süßigkeiten geben, mit geschossener Augen logischerweise und die müssen zusammen erraten, was es ist. Ja, Freunde, wir werden uns küssen und müssen praktisch zusammenspielen gegen den Max und müssen erraten, was er uns dort gegeben hat, indem wir uns küssen. Aber wenn wir es nicht erraten, darf er beim nächsten Süßigkeiten-Teil was obendrauf tun. Also wir müssen alles erraten. Holst du Steine raus, Graf? So, Nummer 1. Nummer 1 sind Steine. Okay. Steine, ja. Jetzt musst du, warte, ich fühl dich gut. Ja, hoch. Schokolade. Nougat, Schokolade. Ja, was für eine neue Seten Milka. Scheiße. Ja! Wir haben gerade beschlossen, wenn wir mehrere raten, wie falsch haben, dann muss praktisch Max das Opfer alle Toppings, die er ausgesucht hat, essen. Was sagst du dazu? Oh, was ist das, Freunde? 1.6. der CMC Brand.de I'm singing in the rain. Ich krieg's jetzt. Ja. Also, was denke ich? Also, ich krieg's keine. Oh, was? Was? Nimm! Nimm! 1, 2, 3, Maus! Maus! Oh! 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 Kann ich mir mehr an die Fresse ran tun? Weil ich krieg immer so ein Ding. Gar nicht, ich kann auch verwirren. Ja, ja. Kann halt besser schlucken. So, Freunde, man kann es kaum glauben. Gib doch mal einen Daumen! Ja, lass auf jeden Fall 5.000 Likes da für die nächste Challenge. Ich krieg's jetzt mal gegen Max, weil Max ist ein Kacklappen. Er wird sowieso verlieren. Ach, halt die Fresse. Schatz, du bist so wundervaaaaaall. Das ist für meine Fummel im Video. Denn du bist einfach nur so toll. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Was ist das? Ist eigentlich gar nicht schwer, ne? Erker. 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 Spekulakürooos. Uhuhuhuhu. Ich hab so einfach Sachen genommen, glaub ich. Falsch. Du spielst hier einfach gegen Profis. Profis. Schülschaltenprofis. Ob ich? Next one. Was ist Gisse? Farina? Oh. Ob ich so. Ich hab so viel. Eins. Zwei. Drei. Tricks. Was für eins? Weiß. Mach richtig kreativ jetzt. Richtig kreativ. Carina, gell? Ja. Oh Gott. Was ist das jetzt? Ich kann mir gar nicht vormachen. Aua. Was ist denn das? Aua. Was ist denn das? Aua. Was ist denn das? Aua. Ich hab so viel Spaß gesehen. Ernsthaft. Hä? Du wirst halt rein mit dem Mund. Aua. Ja, okay. Ich bin jetzt vom Frost zum Prince geworden. Wann doch. Wann doch. Gummibär. Corona vielleicht. Nee, Schlümpfe. Sind wir uns einig, oder? Schlümpfe. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? War das falsch, oder was? Was ist denn? Nicht Schlümpfe. Nee, kenn ich. Der Prinz, oder? Das ist es. Max hat einen Punkt. Keine Schlümpfe, oder? Gibt's doch gar nicht. Da kommt er und sagt, boah, hey, voll cooles Video. Und er schmeißt da, da gehen nur nach 15 Süßigkeiten uns rein. Profis entgegen. Oh, ja. Sorry. Wenn ihr den zweiten Teil wollt, dann bald 5000 Likes raus, dann kauf ich richtig krank. Ihr kauft wahrscheinlich unser Zeug, den wir nicht mal mehr kennen. Ja, ach. Himbeer. Keks. Keks. Wow. Wow. Letzte. Das ist echt auch schon wieder so einfach. Weißen. Scheiße. Überall. Oh. Alles klar, das ist ekel. Was ist das? Ist das Marzipan? Ich weiß, was ich esse. 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 Oh, Lacritz. Nein, das esse ich wieder. Nein. Ich esse das echt wieder kurz. Nein. Das sind die neue Paprika-Kipps. Ist das okay? Ich mag das echt. Ich mag das nicht essen. Aber grüß mich. Das bist du. Ach, meine Praterade sind voll scheiße. Geo-Chips. War ich nicht richtig? Nee, nee. Alter, Max hat einen zweiten Punkt. Alter, das ist ja gar nicht so dumm wie aussieht. Das wären die Toppings gewesen. Also, einmal scharfe Senf. Ja, egal. Einmal Tomatenmark. Ja. Einmal Meerrettich. Oh, nice. Und die kommen alle in deinen Mund. Das ist richtig gut für mich gelaufen. Meerrettich, scharfes Senf und Tomatenmark. Danke. Fuck me. Voll geil. Boah, bitte nicht, Alter. Nicht so viel. Nicht so viel. So, tritteln. Genau, ja, tritteln. Oh, ja, du noch mehr raum. Komm rein jetzt. Ja, nee, tritteln so auf einem Löffel. Ja, ja. Ja, die Trommier. Boah, boah. Ehhhh. Ehhhh. Ist aber scharf, gell? Ist alles scharf, gell? Ist alles scharf, ja. Alter, Alter, Alter. Ich glaub, du die Wischung macht, ehrlich gesagt. Ja. Alter. Willkommen. Drei, zwei, eins. Oh. Oh, ich steig. Das ist eklig. Das kannst du nicht schlucken. Es wird. Ich bin jetzt der Haugen. Boah, ich hab mir gebeten. Schluck, Schluck, Schluck. Ach, ich hab dich schluckt. Ah. Max, was weiß ich, was ich dazu sage? Lady Fitz. Bitch! Erster, Sechster, cmcbrand.de Wuh! What the? Man! Fünf Jahre aufgebaut, das Ding! Wuh! Wuh! Also liebe Freunde, das war's mit dem Video. Denkt immer dran, Kollen schwingen nicht vergessen. Hier geht's noch zu den letzten Videos. Hier geht's zum letzten Vlog und hier könnt ihr uns kostenlos abonnieren. Hier geht's zum letzten Video von dieser ollen Haze. Ja, genau. Bei 5000 Likes kommt der zweite Teil. Tschüss!